Musik Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Gesund Leben hier bei Ihrem WLK Regional TV Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf Ich begrüße Sie heute aus dem Asklebius Krankenhaus hier im Weißenfels und da dreht sich alles um das Thema Herz aber dazu kommen wir später Wir blicken erst nochmal zurück auf einen Aktionstag, der jedes Jahr stattfindet und diesmal im September da wurde im Klinikum Burgenlandkreis der alljährliche Gefäßtag durchgeführt Ja und wir sprachen im Nachhinein mit Chefarzt Dr. Bernd Lobenstein was es so wichtig macht diese Infoveranstaltungen, diese Tage durchzuführen Interdisziplinäres Gefäßzentrum das haben viele Patienten des Naumburger Burgenlandklinikums schon einmal gehört oder gelesen Interdisziplinär, was ist das, was bedeutet das? Ja bezogen auf die Gefäßmedizin ist es einfach so, dass es kaum eine Fachdisziplin in der Medizin gibt die so darauf angewiesen ist interdisziplinär behandelt zu werden das heißt man bezieht alle Fachbereiche die irgendwie in diese Behandlung des Gefäßpatienten involviert sind in Diagnostik und Behandlung mit ein und dazu gehören neben dem Gefäßchirurgen der letztendlich der Vollzieher am Ende des Therapiekonzeptes ist gehören auf alle Fälle die Radiologen, die Röntgenärzte die sorgen für eine entsprechende Diagnostik stellen uns die Gefäße mit den verschiedensten ganz modernen Methoden dar wirken selbst bei der Behandlung mit indem sie in der Lage sind Gefäße aufzuweiten, mit Stents zu versorgen auch radiologisch, also röntgenologisch Gerinsel zu entfernen dann benötigen wir unbedingt die Internisten wir haben es in der Gefäßchirurgie, in der Gefäßmedizin mit sogenannten multimorbiden Patienten zu tun das heißt Patienten die sind nicht nur gefäßkrank die sind oft begleitend herzkrank die sind gefährdet Schlaganfall zu bekommen das sind häufig Diabetiker, Bluthochdruckpatienten das heißt das sind Patienten die haben viele internistisch zu behandelnde Begleiterkrankungen insofern ist der Internist unbedingt mit gefragt so das Gesamtkonzept der Behandlung mit zu gestalten und er macht uns letztendlich bei unseren oft sehr vorgeschädigten Patienten die Patienten erst operations- und narkosefähig durch seine internistische Vorbehandlung dann benötigen wir unbedingt die Neurologen weil wir ja auch die Gefäße versorgen in der Gefäßmedizin die das Gehirn mit Blut versorgen also die Halsschlagadern sagt der Laie dazu und das was den Patienten passiert wenn dort irgendwas nicht richtig läuft das ist der Schlaganfall und das ist wiederum die Domäne des Neurologen und deswegen sind die Neurologen mit im Boot ja und dann brauchen wir natürlich ganz ganz viele andere Fachbereiche auch wir brauchen zur Mobilisierung der Patienten die Physiotherapie wir brauchen für unsere oft sehr langen operativen Eingriffe natürlich die Anästhesie also die Kollegen, Kolleginnen, die die Narkosen machen ja und so ist das halt ein Potpourri aus wie gesagt wir brauchen eine ganze Menge von Fachbereichen die vorgehalten werden müssen um dann letztendlich das Ganze als Gefäßzentrum bezeichnen zu können Gefäße das klingt erst einmal relativ unspektakulär wie wichtig sind Gefäße? Ohne Gefäße geht gar nichts Leben heißt Stoffwechsel Stoffwechsel funktioniert nur wenn die nötigen Substanzen an den Ort des Stoffwechsels gebracht werden und das passiert mit dem Blut und das Blut wiederum fließt in Gefäßen und deswegen sind Gefäße lebenswichtig ohne die geht gar nichts es gibt den berühmten Satz man ist so alt wie seine Gefäße und das stimmt wirklich also man sagt so ab dem 30. Lebensjahr beginnt der ganz normale Alterungsprozess der sich an Gefäßen abspielt das heißt also wenn man einen ansonsten eigentlich noch gesunden Menschen unter dem Mikroskop untersuchen würde dann stellt man bereits ab dem 30. 35. Lebensjahr fest dass sich an den Gefäßwendensubstanzen ablagern wie in einer Wasserleitung die lange genug im Haus liegt und je mehr sich an der Wand ablagert umso weniger Platz bleibt letztendlich für den Gefäßinnenraum übrig und genauso wie irgendwann dann aus dem Wasserhahn nichts mehr rauskommt wenn die Leitung völlig zugekalkt ist so kommt halt am Endorgan zu wenig Blut an und führt dann zu entsprechenden Schädigungen ist es das Herz also das zentrale Organ dann bedeutet das Herzinfarkt ist es das Gehirn bedeutet das Schlaganfall sind es die Beingefäße dann bedeutet das das Bein geht im schlimmsten Fall verlustig also Gefäße braucht man unbedingt um leben zu können ist natürlich sofort die Frage ob es präventive Mittel oder Medikamente gibt damit die Gefäße möglichst uneingeschränkt funktionstüchtig bleiben natürlich wird daran geforscht und wenn man so vor allem so viele bunte Zeitungen aufschlägt dann ist manchmal so so kleine Werbeartikel was aufgeführt wir machen ihre Gefäße frei das gibt es definitiv nicht ja es gibt Medikamente die können verhindern dass sich dort mit rascher Geschwindigkeit weitere Ablagerungen abspielen aber ein Medikament was ich einnehme und dann ist das Gefäß wieder frei das gibt es leider im Sinne der Patienten noch nicht also heißt es auch hier eine gesunde Lebensweise wirkt sich positiv auf die Gefäße aus klappt dies nicht ist die Vorstellung beim Hausarzt der erste Schritt und der hat erst mal eine ganze Menge Möglichkeiten so eine Vordiagnostik durchzuführen zu gucken ist da überhaupt was was in Richtung Gefäße geht oder nicht und wenn er sich unsicher ist ob es was mit den Gefäßen zu tun hat oder er hat bereits eine Gefäßerkrankung vordiagnostiziert dann schickt er halt den Patienten zu Spezialisten und das ist in dem Fall halt hier die Gefäßambulanz ins Gefäßzentrum es kommen ganz viele Patienten in die Gefäßsprechstunde zur wir nennen das Differentialdiagnostik also wo man nach einer Ursache sucht zum Beispiel für geschwollene Beine und geschwollene Beine die können aus ganz vielen Ursachen heraus entstehen eine Ursache wäre dass das Herz nicht richtig pumpt bei alten herzschwachen Patienten die kriegen dicke Beine weil das Blut aus den Beinen nicht richtig weggepumpt werden kann es kann sein dass man eine Wassereinlagerung hat weil die Nieren nicht richtig funktionieren es kann sein es funktionieren die sogenannten Lymphgefäße nicht mehr richtig die das Gewebswasser die Lymphe abtransportieren sollen und es kann eben auch sein dass die Venen nicht richtig funktionieren und dann ist es natürlich für den Therapeuten wichtig wo er seine Behandlung ansetzt wenn ich ein dickes Bein habe weil das Herz nicht richtig pumpt dann muss ich ganz anders behandeln als wenn jemand ein dickes Bein hat weil seine Venen die Gefäße sind äußerst wichtig vernachlässigt man diese kann das erhebliche Folgen nach sich ziehen naja im Falle der Venen wäre die Folge dass der Patient zunehmend zum Beispiel Krampfadern entwickelt die natürlich dann auch zunehmend Beschwerden, Schmerzen geschwollene Beine und so weiter verursachen und wenn das über einen längeren Zeitraum so geht ich rede aber dann von vielen Jahren oder gar vielleicht einem Jahrzehnt dann kann es sein dass durch diesen permanenten chronischen Blutrückstau im Bein auch das Umgebungsgewebe im Bein Schaden nimmt und dass dann sich die Haut verändert die Haut wird dann bräunlich kriegt bräunliche Flecken wird dunkel, verhärtet sich und im Endstadium gibt es dann das klassische offene Bein was man hätte vermeiden können wenn man rechtzeitig an den Venen was saniert hätte in einem Gefäßzentrum sind hierfür zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten umsetzbar Gefäßzentrum heißt ich habe ein Konglomerat verschiedener Fachbereiche die alle an der Diagnostik und an der Therapie und auch an der Nachsorge der Gefäßkrankenpatienten mitwirken und in einem Gefäßzentrum läuft es halt so der Patient kommt in der Regel als erstes in die Sprechstunde also in dem Fall zu mir aber ich entscheide nicht was mit dem wird ich entscheide nur ob wir was mit ihm machen oder ob wir nichts Aktives mit ihm machen und dann wird der Fall im Gefäßzentrum vorgestellt und dann sitzen alle Partner die ich vorhin genannt habe mit am Tisch und dann muss ein Konsens gefunden werden was machen wir mit dem Patienten ist das ein Patient der überhaupt einen Eingriff am Gefäß braucht oder kann man den erst mal ein halbes Jahr versuchen mit Medikamenten zu behandeln oder sagt der Radiologe das ist was für mich ich glaube hier ist die Kathedermethode mit dem Ballon die beste Methode oder wir sind uns einig und sagen nee das muss operiert werden und davon profitiert der Patient weil er halt alle vor Ort hat die Gefäße behandeln können und nicht Gefahr läuft vielleicht in eine Schiene gepresst zu werden die für ihn individuell gar nicht richtig ist ja und wie gesagt liebe Zuschauer wir sind im Weißenfels im Asklebius Krankenhaus und ich habe jetzt einen Termin oder wir haben einen Termin beim Chefarzt der Klinik für Kardiologie und wollen dann mal fragen was macht man bei einem schwachen Herz im November gibt es im Asklebius Krankenhaus in Weißenfels die Herzwochen bereits zum zweiten Mal wird am 11.11. ein sogenanntes Patienten Seminar durchgeführt Grund ist es auf das zentrale Organ aufmerksam zu machen welche Risiken unter anderem bei einem Infarkt drohen und wie man das Herz stärkt denn ein schwaches Herz ist kein Einzelfall es sind in Deutschland zwei bis drei Millionen Patienten die eine Herzschwäche haben von diesen Patienten kommen circa 450 500.000 Patienten jedes Jahr ins Krankenhaus und werden stationär und es sterben jedes Jahr in Deutschland circa 50.000 Patienten an der Herzschwäche sie merken daran dass es ein relevantes Thema ist und letztendlich ist es so dass viele kardiologische Erkrankungen das heißt der Herzinfarkt auf der einen Seite das heißt Rhythmusstörungen auf der anderen Seite am Ende dazu führen dass eine Herzschwäche bei Patienten entstehen kann und um das zu verhindern und um den Patienten Hinweise dafür zu geben wie eine Herzschwäche aussieht und wie sie das Fortschreiten der Herzschwäche aufhalten können machen wir dieses Patientenseminar am 11.11. um 10 Uhr hier werden Vorträge gehalten von mir natürlich und von meinen drei Oberärzten die alle zu gewissen Themen zu Teilaspecken der Herzschwäche ihren Beitrag leisten werden die ersten Symptome für eine Herzschwäche sind für den Normalbürger nicht gleich zu erkennen erstes Zeichen ist die körperliche Belastbarkeit nimmt ab das heißt sie merken dass sie die Treppen nicht mehr steigen können sie merken dass sie bergan nicht mehr laufen können sie merken dass sie vielleicht und das ist schon relativ weit fortgeschritten auch gerade Strecken schwer zurücklegen können und das ist natürlich das Kardinalsymptom sie merken in Ruhe dass sie nicht belastbar sind und haben in Ruhe Luftnotbeschwerden wenn das auftritt dann müssen die Patienten damit rechnen dass deine Herzschwäche einen wichtigen Anteil an der Sache spielt ein zweites Symptom sind dicke Beine das ist wenn man merkt dass sie Beine anschwellen das sieht man relativ oft aber diese dicken Beine müssen so sein dass wenn man das mit dem Daumen eindrückt dass da die Delle auch länger sozusagen in der Haut nachweisbar ist sprich Ödeme und das dritte wichtige Symptom ist dass man Luftnotbeschwerden hat auch bis das geht bis zu Luftnotbeschwerden auch in Ruhe ja das eine ist dann die ersten Beschwerden ein schwaches Herz sicher aber das wo wahrscheinlich jeder davor Angst hat ist schon das Wort Herzinfarkt es ist so der Herzinfarkt ist die Hauptursache für eine Herzschwäche wie kann man das erklären im Grunde ganz einfach wenn ein Herzinfarkt führt dazu dass bestimmte Herzareale absterben weil die Herzkranzarterie die bestimmte Herzarterien bestimmte Herzareale versorgt verschlossen ist unser Ziel als hier als Klepius Krankenhaus auch als Kardiologen hier ist diese Patienten so schnell wie möglich einer Herzkatheteruntersuchung zuzuführen diese Kranzarterie aufzumachen damit der Schaden am Herzen begrenzt bleibt und nicht allzu groß wird aber nichtsdestotrotz gezidivierende Herzinfarkte oder wenn man den Herzinfarkt zu spät erkannt hat die Arterie zugeblieben ist führen letztendlich dazu dass Herzmuskelgewebe abstirbt und das resultiert letztendlich darin dass der Herzmuskel in seiner Funktion in seiner Pumpleistung eingeschränkt ist wir haben hoffentlich eine Pumpleistung von 65% und bei diesen Patienten kann die Pumpleistung bis 20, 25, 15% absenken und dann kann man sich natürlich vorstellen dass wenn die Pumpleistung des Herzens nicht sichergestellt ist dass eben halt diese Symptome über die wir gerade gesprochen haben dann bei den Patienten herauskommen und das heißt der Herzinfarkt ist eigentlich die Hauptursache für die Herzschwäche bei unseren Patienten Mit zunehmendem Alter steigt auch das Risiko einer Herzschwäche deshalb ist es ratsam beim Hausarzt einmal vorstellig zu werden Der Hausarzt hat natürlich keine großen technischen Möglichkeiten der Hausarzt hat aber den großen Vorteil dass er die Patienten seit vielen Jahren kennt und wenn solche Symptome beschrieben wären Luftschwäche Belastungsarmut schnelles Herz unruhiges Herz dicke Beine dann kann der Hausarzt das meistens sehr gut einordnen und wenn er auch noch ein EKG schreibt und in EKG Rhythmusstörungen oder EKG Veränderungen sieht hat er schon einen weiteren Hinweis dafür dass eine Herzschwäche vorliegen könnte wenn er dann in dieser Situation einen Patienten hat der ein hohes Risikoprofil hat sprich der raucht oder vielleicht mal geraucht hat der zuckerkrank ist der seit Jahren einen hohen Blutdruck hat der hohe Cholesterinwerte hat oder bei dem in der Familie eine Kranzgefäßverengung bekannt ist dann kann er sich hat er noch einen weiteren Hinweis dafür dass er vielleicht eine Kranzgefäßverengung beziehungsweise eine Herzschwäche vorliegen könnte und dann kann er sich überlegen entweder ruft er uns dann an und weist dem Patienten zu oder er geht noch einen Zwischenschritt und weist den Patienten zu niedergelassenen Kollegen ein die ein Herzultraschallung machen können weil der Herzultraschall ist eigentlich die schönste Methode um eine Herzschwäche nachzuweisen Was wollten Sie jetzt eigentlich sehen? Na wie ich es dem Patienten schon erklärt habe er hat einen Herzinfarkt gehabt die Akutbehandlung ist im Herzkatheterlabor erfolgt das heißt die Herzkranzgefäße sind untersucht worden und die Verstopfung des Herzkranzgefäßes ist behoben worden und jetzt einige Tage danach ist die Frage an dieser Untersuchung ist am Herzmuskel eine Narbe entstanden oder nicht wenn die Verstopfung des Gefäßes ein gewisses Zeitfenster zu lange da gewesen ist könnte eine Narbe schon entstanden sein in dem Falle haben wir jetzt gesehen dass es aber nicht der Fall ist das heißt also die Katheteruntersuchung hat die Gefäßverstopfung schnell genug und vollständig behoben so dass der Herzmuskel in allen Wandabschnitten auch in dem Bereich wo die Verstopfung ehemals war jetzt wieder normal funktioniert es keine Narbe zu sehen und die Pumpkraft des Herzens ist normal ich habe das Rauchen minimiert Alkohol habe ich kein Problem damit und es heißt eigentlich nur das Rauchen im Straßenverkehr ist halt immer der Stress vorgegeben da kann man minimieren wie man will man muss immer mit anderen Einflüssen rechnen die einfach passieren und da werde ich nicht ausgeschlossen davon wir wünschen Ihnen alles alles Gute viel Gesundheit ich war in guten Händen Sie waren zufrieden Sie waren richtig doll zufrieden richtig doll zufrieden muss ich sagen ich kenne es woanders ist es nicht so okay also Sie sind mit dem Ärzteteam dann sind wir heute volle Punktzahl es gibt aber nicht nur eine Art der Herzschwäche bei dem das Herz zu wenig Kraft hat um das Blut durch den Körper zu pumpen auch das Gegenteil bleibt nicht ohne Folgen es gibt auch die Herzschwäche des Patienten mit langjährigem arteriellem Bluthochdruck da passiert was anderes da wird der Herzmuskel einfach zu dick das ist aber nicht so wie bei dem normalen Herz bei dem normalen Muskel wenn er dick wird ist sehr gut sondern beim Herzmuskel führt das dann dazu dass er irgendwann mal zu dick ist und nicht vernünftig arbeiten kann das ist die zweite große Form der Herzschwäche Herzinsuffizienz die sogenannte diastolische Herzinsuffizienz und da das kann man sehr gut im Ultraschall sehen das kann man nicht mit dem EKG sehen das kann man auch mit anderen Methoden nicht sehen sondern mit dem Ultraschall ist das die beste Methode und dann wenn es eine diastolische Herzinsuffizienz ist muss man ein wenig anders arbeiten als wenn es eine systolische Herzinsuffizienz sprich eine Herzschwäche aufgrund einer Kranzgefäßverengung ist also dort bei dem kann man wieder sagen frühzeitiges Erkennen ist ganz wichtig man sollte also doch auf die ersten Symptome achten und das was sie uns ja gesagt haben oder jetzt auch den Zuschauern zu diesem Seminar ganz einfach mal vorbeischauen und sich weiter informieren ist richtig so ja vielen Dank dass wir nochmal darauf hinweisen dass wir haben diese ganzen Themen ja nur kurz angeschnitten und bei diesem Seminar werden die Themen von mir und von unseren Oberärzten nochmal ganz ins Detail angesprochen und das Schöne an diesem Seminar ist wir führen immer ganz offene Diskussionen das heißt jeder kann die Fragen die er hat da offen stellen und wir diskutieren das und sagen dann unsere Ansätze dafür und da freuen wir uns wirklich wenn da genug Leute kommen und auch interessante Fragen stellen ja da wünschen wir ganz einfach viel Erfolg dass viele ja viele kommen und fragen und wir bedanken uns ganz einfach dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch heute Dankeschön vielen Dank Dankeschön Wenn mehr Bewegung mehr Spaß bedeutet wenn aus vielen Atemzügen ein Moment der Ruhe wird wenn aus einer kleinen Familie ein großes Glück wächst dann ist unsere Gesundheit in besten Händen AOK die Gesundheitskasse Unsere Füße sind wahre Meisterwerke der Evolution welche Sportart sie auch treiben meist sind die Füße außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzt Mit individuell angepassten Sportschuhen oder orthopädischen Sporteinlagen kann man nicht nur akute Probleme lösen und das eigene Leistungspotenzial besser ausschöpfen Schuhpetters die Orthopädie-Schuhmacher legen Ihnen die Welt zu Füßen In den letzten Jahren wurde immer öfter festgestellt dass Tumore im Kopf und Halsbereich doch zunehmend verstärkt jetzt auftreten eine Informationsveranstaltung sollte im Klinikum Zeitz ja Aufklärung bringen oder zur Aufklärung beitragen und wir sprachen mit Chefarzt Dr. Pekele Meckonen Mit einer Informationsveranstaltung über Kopf-Hals-Tumore informierte die Klinik für Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde in Zeitz zahlreiche interessierte Besucher Ziel war es mehr über die Symptome die Diagnose und gegebenenfalls einer Therapie zu informieren Neben einem Vortrag und dem aktuellen Wissensstand über die Erkrankung gab es ebenfalls an dem Tag kostenfreie Voruntersuchungen Gründe für das vermehrte Auftreten von Kopf- und Hals-Tumoren konnte uns Chefarzt Dr. Pekele Meckonen nennen Tumor-Erkrankungen im Kopf- und Hals-Bereich treten jetzt immer mehr auf weil die Risikofaktoren auch gehäufter da sind Rauchen Alkoholmissbrauch und auch Papillomaviren-Infektionen verursachen dass die Tumoren immer mehr bei Frauen und Männern auftreten wie äußert sich das wie merke ich das dass eine Erkrankung im Anmarsch ist oder schon da ist das ist das Problem wie Sie wissen der Erfolg ist der Tumortherapie ist immer davon abhängig wie schnell man die Diagnose hat also auch damit wie schnell man die Therapie macht und bei manchen Tumoren sind die Symptome so diffus und nicht immer einzuordnen weshalb wir auch immer wieder Informationen und Verhaltensweisen empfehlen das haben wir zum Beispiel im September im Rahmen einer europäischen Tumor Awareness oder Sensibilisierungswoche gemacht da haben wir über Symptome geredet die unbedingt durch einen Facharzt abgeklärt werden müssen und eben Verhaltensweisen Informationen überhaupt wie wenn man jemand wenn jemand was hat wie er sozusagen das Ganze abklären lassen kann Wie groß als letzte Frage wie groß sind die Heilungschancen? Die Heilungschancen sind heutzutage sehr gut wir haben viele Möglichkeiten Patienten zu helfen allerdings bleibt es wirklich dabei der Erfolg und auch die Therapie Konsequenzen also wenn man zum Beispiel große Organe entfernt ist natürlich nach der Operation das Leben auch eingeschränkter anders als vor der Operation um all das sozusagen moderater zu machen ist die Hauptsache dass man diese Erkrankungen zeitig entdeckt dass die Patienten zeitig zu uns kommen wenn wir eine zeitige Diagnose haben können wir eine sehr geeignete Therapie Operation Bestrahlung Chemotherapie machen und die Heilungschancen sind damit sozusagen sehr hoch und auch die postoperative sozusagen Einschränkungen werden auch sehr sozusagen einbegrenzter sein deshalb sind die Heilungschancen definitiv gut aber wir müssen alle auch die niedergelassenen Kollegen wir überhaupt alle in der Medizin tätig sind eben diese Tumore gemeinsam zeitiger erkennen da werden wir sehr viel für unseren Patienten tun so liebe Zuschauer wir haben das Krankenhaus hier das Asclebius Krankenhaus schon wieder verlassen und kommen eigentlich auch zu unserem letzten Beitrag für heute in unserer Reihe der Apotheker rät waren wir wieder mal in Maumburg unterwegs ja und sprachen mit Dr. Andreas Hühnerbein und liebe Zuschauer das Thema ist heute Erkältungsprophylaxe ja Herr Dr. Hühnerbein wir sind jetzt in der Jahreszeit wo Schnupfen und Husten wieder grüßen lassen ja hallo erstmal willkommen hier wieder in der Löwenapotheke richtig ist es kalt ist es nass draußen heute haben wir das entsprechende Wetter und viele Leute überlegen sich natürlich wie kann ich es verhindern dass ich meine Familie Freunde von der Erkältung betroffen sind und wenn sie uns erwischt dann möglichst nicht so stark und nicht so lange was kann man tun was sollte man tun und das ist eigentlich jedes Jahr immer erneut was man aufmerksam machen sollte genau da erzählen wir jetzt nichts Neues wieder wird viel Werbung gemacht mit verschiedenen Mittelchen Hilfen Dingen die man tun und lassen soll um eine Erkältung möglichst nicht zu bekommen oder den Verlauf dann eben zu mildern sinnvoll ist das immer nur in Teilen und so langweilig das klingt das sinnvollste ist einfach die gesunde Lebensweise das geht bei der Ernährung los aber eben auch alle anderen Lebensweisen gesunder Schlaf Bewegung gehört alles dazu man muss nicht unbedingt Nahrungsergänzungsmittel nehmen um gesund zu bleiben oder dem Ganzen vorzubeugen Nahrungsergänzungsmittel sind eigentlich immer nur der zweite Weg der erste Weg wenn wir jetzt über die Ernährung sprechen ist wirklich die gesunde Ernährung die ausgewogene Ernährung die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt ja vor fünfmal täglich Obst und Gemüse immer eine Handvoll das ist so die Portionsgröße auch um das altersmäßig ein bisschen abklären zu können davon zweimal Obst und der Rest Gemüse das mit dem zweimal Obst klappt oft ganz gut weil die Leute das noch so ein bisschen unter Naschen verstehen mit dem Gemüse ist es oft schwieriger insofern sollte man da schon Wert drauf legen und spätestens jetzt anfangen das auch in den Ernährungsplan mit einzubauen es gibt jetzt noch vom Herbst auch vom Spätsommer noch ausreichend Obst und Gemüse was zur Verfügung steht jetzt in unserer heutigen Zeit eben auch die Südfrüchte die man dann in der kalten Jahreszeit zum Beispiel für den Vitamin C Bedarf gut mit nutzen kann aber man darf nicht vergessen dass zum Beispiel auch eine Paprika unheimlich viel Vitamin C erreicht also ich brauche nicht unbedingt die Orange sondern kann das auch mit Gemüse ganz gut machen und das wird leider oft vergessen Sie haben vorhin gerade gesagt altersentsprechend es gibt ja auch Risikogruppen die besonders gefährdet sind was raten Sie da noch? Also es gibt unterschiedliche Risikogruppen zum einen was jetzt den Kontakt mit möglichen Infektionen betrifft da denken alle zuerst an Pflegepersonal in Pflegeheimen in Krankenhäusern an Ärzte da muss man aber auch an Kindergärten und Schulen denken und man muss an alle die denken die mit Publikumsverkehr zu tun haben das mag der Busfahrer sein das mag die Angestellte in der Verwaltung sein die regelmäßig mit Klienten oder anderen Menschen dann zusammen ist also das sind eine ganze Reihe Leute einfach die die mit anderen Menschen in Kontakt haben die eben potenziell schon krank sind und Infektionen auch verbreiten können und eine zweite Risikogruppe an die man noch denken muss sind halt auch ältere Leute nicht so sehr weil sie viel Patienten oder Menschenkontakt haben sondern weil die Ernährung da ein bisschen spezieller ist alte Menschen müssen relativ weniger essen und achten aber oft nicht darauf dass die Versorgung mit Spurenelementen mit Nährstoffen mit bioaktiven Pflanzenstoffen die gleiche sein muss wie bei einem normal essenden Jugendlichen sozusagen also dieses Verhältnis zwischen Menge was ich esse und der Qualität der Nahrung das muss halt beachtet werden und das ist gerade bei älteren Semestern immer ein bisschen schwierig Ja es gibt ja dann die Möglichkeit der Grippeschutzimpfung aber gibt es auch ein Medikament oder ja ein Mittel ich sag mal ein Mittelchen was man schon vorher einnimmt um vielleicht das Risiko ein bisschen einzudämmen Also es gibt eine Reihe von Heilmethoden wo man sozusagen zumindest bei den ersten Anzeichen was tun kann das kann die Phytotherapie sein das können auch homöopathische Mittel sein immer ein bisschen unterscheiden zwischen dieser klassischen Grippe die geimpft wird und dem grippalen Infekt über den wir jetzt eigentlich sprechen das wird gerne in einen Topf geworfen sind aber zwei unterschiedliche Sachen die Grippeschutzimpfung gegen die Influenza ist wirklich empfohlen auch für Risikopatienten auch für Ältere die dann einfach einen schweren Grippeverlauf verhindern soll der grippale Infekt der fast alle uns einmal in einer kalten Jahreszeit trifft ist eben ein bisschen was anderes und da sind die angesprochenen Prophylaxemaßnahmen eben das Entscheidende Gut da bedanke ich mich für das Gespräch und hoffe dass wir gut durch die ja die triste, trübe und kalte Jahreszeit kommen Dankeschön damit liebe Zuschauer sind wir schon wieder am Ende unseres Magazins angelangt das nächste aktuelle Magazin von gesund leben das sehen Sie am 24. November ja und bis dahin habe ich nur einen Wunsch bleiben Sie schön gesund und machen Sie es gut Tschüss bis zum 24. November bis zum 24. November